Bist du im Alltag und Beruf stark gefordert und manchmal sogar überfordert? Schläfst du schlecht und dreht sich bei dir ständig das Gedankenkarussell im Kopf und suchst du nach einfachen und wirksamen Methoden, um Herausforderungen besser meistern zu können und bist dabei offen für Heilpflanzenkunde und ätherische Öle und willst deren Kraft für dich nutzen? Dann bist du bei unserem Seminar Vital und gesund durch Alltag und Beruf genau richtig. Gib deiner Gesundheit den Stellenwert, den sie verdient. In diesem Seminar lernst du auf natürliche Weise dein Wohlbefinden zu fördern, Stress hinter dir zu lassen, Konflikte gelassener zu nehmen und deine Widerstandskraft zu stärken. Besonders in Zeiten erhöhter Belastung oder in Krisensituationen kannst du mit einfachen und natürlichen Mitteln deine Gesundheit unterstützen und fördern. Im Theorieteil erfährst du, was die Aromapflege ist und wie sie wirkt. Die Aromapflege ist ja ein Teil der Pflanzenheilkunde und hat sich in der Gesundheits- und Krankenpflege als anerkannte komplementäre Pflegemethode durchgesetzt. Auch in den eigenen vier Wänden werden die grossartigen Effekte der Aromapflege für das eigene Wohl sehr, sehr hilfreich eingesetzt. Die Anwendungsmöglichkeiten in der Aromapflege sind ja mannigfaltig. Zum Beispiel wird sie bei der Hautpflege, für die Raumbeduftung, für Bäder, bei der Mundpflege und viel mehr eingesetzt. Im Praxisteil des Seminars probierst du viele konkrete Methoden für die Arbeit und für zu Hause aus, wie du besser mit belastenden Situationen umgehen kannst. Du lernst hautnah, welche ätherischen Öle und andere Naturprodukte dich bei Müdigkeit, bei Erschöpfung, während der Erkältungszeit in einem Grossraumbüro oder bei einem geschwächten Immunsystem unterstützen können. Du wirst sehen, der Aufwand, den man für seine Gesundheit investieren muss, ist oft sehr, sehr überschaubar, die Wirkung dafür aber sehr groß. Vielleicht kennst du ja den weisen Spruch von Sebastian Kneipp, wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern. Melde dich gleich zu diesem spannenden Seminar an. Ich bin Evelin Deutsch-Grasel, Gründerin und Inhaberin meiner Firma Aromapflege und meiner Gesundheitsschule. Durch meine eigene Tätigkeit in der Pflege bin ich vor knapp 30 Jahren auf die Wirkung von ätherischen Ölen im Pflegealltag gestoßen. Die Erfahrungen damit, die haben mich so richtig begeistert. Ich habe dann nach einer Entwicklungsphase begonnen, dieses Wissen breit zu streuen und so bin ich zu einer der Pionierinnen auf dem Gebiet der Aromapflege in Österreich geworden. Wir freuen uns schon jetzt auf dich und auf dein Kommen. Deine Evelin Deutsch-Grasel Kokorena Jahrhade 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 – Jahrhade Untertitelung des ZDF, 2020